Ich bin's wieder, euer XCraft3D und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir spielen hier heute eine Runde Bad Wars auf Dark Rock Labs und hoffen natürlich, dass es eine gute, coole und spannende Runde wird. Lass mir, lass, 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 ich baue mich rüber. Lass, 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 lass. Du musst es natürlich rüber, Schneck. Nee, ist ganz interessant, hier gibt's in... Nee, weil es ist sehr dicht beieinander. Es sind ein Eisenspawner, mit zwei Teams. Ach Gott, ich seh's. Die anderen sind aber schneller da. Schiff. Ich hab' einen Not-Bag-Stick. Müsstest du uns sichern. Ja. Verteidigen, verteidigen. Ich hab' keine Leitern, hast du eine Leitern gesprungen? Bitte, Katzen, ja, gut. Äh. Thomas, wir irgendwie auch wieder zurückkommen. Ich brauch, äh, ich geh' wieder zurück und ich save das Eisen, ja? Ja, er hat auch einen Not-Bag-Stick, aber äh, der bringt ihm ja nicht viel. Warte, ich schmeiß' den Block zu. Hä? Äh, es geht nicht, öh. Mach' mir jetzt, probier's, ich lade ihn runter. Mach' mir jetzt. Hilfe. Ich glaub' fängt ja gut an. Warte mal. So, jetzt hat man mich aber besser. Ja! Nein! Alter, was ist ein Post-Bug? Ich, ich lass' das Eisen hier liegen und bring' mich auch um. Leg' jetzt aber hier extra auf die Leiter. Ja, vielleicht, äh, ja toll, ist alles wieder runtergefallen. Toll! Ich weiß, dass was sagt. Profis am Werk. Tschüss! Mach's, boff. Wir haben ihren Weg schon wieder rückgebaut. Ach, goll. Wollen kann euren. Ja, halt Schiss von den... Von den Bossen. Überpol den Bossen. Prost. Oh, Mann, die hat's doch wieder auf die Statt. Sag mal, das geht nicht. Ach ja, Mist ist Scheiße. Wir haben keine Leiche. Wir haben... Wir haben Spitze. Also hast' eine. Gut, machen wir mal den oberen Block weg. Ich geh' jetzt nicht, damit ich... Wir sind echt komplett dumm. Die kommen, die kommen, die kommen! Wir sind drauf auf der Insel. Ach scheiße, das war unser Bett. Ich bin runter. Ja, und ich... Ich steh im Loch, wo ich nicht weg kann. Hilfe! Ich hab' nie gekillt, ich hab' zwei Smaragdehölten. Sag mal, ist unser Bett weg? Toll! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, wir waren gleich aber auch ne neuesten nächste Woche. Wo bist'n du? So, wir machen das einfach ne nächste. Okay, das sind auch immer unsere Fails. Ach ja, toll, genau. Weil wir ja so gut sind. Wo bist'n du? Sag mal, der hat'n Knock-Wack-Stick, ne? Oh, Skiller. Das noch einer. Du bist tot. Du bist tot. Hat doch ganz zwar ne tolles nach dieser tollen... ...drei Minutenrunde. Boah, alter. Alter, was kriegt ihr in der Mitte für ein Gold? Geh' mal ne neue rein. Alter, ihr Liegen bestimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sechzehn. Bein, drei, ungefähr vier, sechs, sieben. Geh' weiter, du sollst weiter zählen. Los, mach. Wie großartig kommt ihm rot. Warum werden wir immer diese tollen Teams geworfen? Wir wollen natürlich keine Mädchen von mir. Weil sonst würden wir... Siehst, dass wir noch anfangen, PvP zu spielen wie Mädchen? Hä, machen wir doch schon. Also ne, 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 ne. Wir haben gute Ideen, nur können sie nicht umsetzen. Auch da. Ey, da weißt du, wenn... Wenn wir bei Varo machen würden, äh... Würde ich uns, äh... Team, äh... Warte, Team Noob addieren nennen. Ne, 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 Team... Team Noob-Skiller. Ja. Geil, toller Name. Team Noob-Skiller. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ach ne. Auch übrigens, liebes Wahre und Team, wir würden gerne eine Widerspruch in uns selbst. Gut, dass das gerade keiner gehört hat, weil du so laut schreist. Ich weiß gar nicht, ob du zu laut bist. Warte mal, sag mal was. Mitten in der Aufnahme ist ja gut. Sag mal was, ich sie. Ja. Du bist viel lauter als ich. Nee, warum stelle ich mich lauter? Ich bin stumm. Immer so in deinem Video. Ich weiß es. So, ich mach dich mal einfach aus. Liebes Videos, glaub ich, war ich irgendwo mal zu leise, ne? Dein, zu laut. Ja, unsere Lieblings-Map. Geh weg. Geh weg. Ah ja. Geh weg. Geh weg. Ist doch Eiseninsel. Ist doch mit Eiseninsel. Egal. Wird sich nur langsam rüber bauen. Wolken wollte ich ausschalten. Jetzt hab ich auch mal Zeit dazu in der Aufnahme. Toll. Grafikeinstellung. Fürstblatt. Oh, er hat Fürstblatt erliegen. Ja toll, wenn man das noch nicht hat, dann ist man ja ein toller Spiele. Ja, Profi-Spieler. Wolken. Schnell. Schön. Aus. Ah. Was heißt denn schnell sind die Wolken dann so ist es. Deine Ahnung. Mach mal Blöcke und wollte ich weiter rüber. Ich, ich, ich geb erst 48 Blöcke. Mach du das. Ich hörte mich erst nur. Oh, bin runtergefallen. Oh. Oh. Oh, ich brauche mich gerade zu gegnerischen Einzelinsel. Ich holz Kopf. Echt jetzt? Ja. Ich wechsel mal grad meinen Weg. Aber die Gegner wollen sich eh zu den anderen Gegnern, die nicht wir sind. Deine Beschreibung ist ganz toll. Baust du es zu unserer Eiseninsel? Ja, ich habe aber ne Kurve mittendrin gemacht. Ich wollte mich erst wieder. Ja. Du kannst sicher nicht den direkt aus dem nächsten Bau. Ich weiß, aber ich bringe erst mal 10 Eisen nach Hause und gebe das dir, dass du damit stirbst und ich dir die Schuld in die Schuhe schieben kann. Du bist ja auch. Äh. 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 Tschüss. Na, danke. Beleidige mich nicht. Danke ist eine Beleidigung. Weiß doch warum. Was Apouret benutzt hat. Nein, Spaß. Da war das Video. Ich nenn's die Scherze. Nee. Wir sollten ein Falsch. Es ist, das ist ein Top 100 beschissens. Wir sollten anfangen Pranks zu machen. Ja. Definitiv. Nur noch. Definitiv. 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 Nein. Das, was ich mir immer denke, ist das, was ich mir immer denke, wenn ich auf deine Abonnenten schaue. Ja, 46. Vielen Dank. Und auf meinem Pflanzmod Video haben wir jetzt, äh, inzwischen die, äh, vielen, äh, Aufrufe geknackt. Ja, und auf 1.800. Auf mein, auf meinem Video haben wir jetzt letztens eine ganz normale Aufrufezahl geknackt. Boah, klar. Und ich, und ich habe jetzt wieder 15 Abonnenten. Entschuldigung. Weil, weil, weil ich, weil ich, weil ich, ich muss mal 15 Abonnenten special erfinden. Das kann ich ganz oft machen, weil es wechselt doch immer. 15, 16, 15, 16, der kann ich nicht wahr. Dann mach ich ja immer wieder 5 Abonnenten special. Da hab ich immer wieder bestimmt 150 Abonnenten specials. Ja, ne, ich mach dann mal schon mal. Ich mach dann schon mal, ich produziere schon mal im Voraus und eine Million Abonnenten special. Ne, ne, 50 kannst du mal machen. Ja, das könnte ich, das ist echt schon mal vor, mir hab ich schon mal Gedanken machen, was ich da mache. Falls ich eins mache. Schreib mal in die Kommentare, wenn ihr 50 Abonnenten specials wollt. Und lass doch ein Abo und einen Daumen hoch da. Aber bitte mit Verlosung, ne? Und bitte spendet mir. Danke. Liege in der Beschreibung. Ja, ja, ja. Nein, ich bin nicht geldsüchtig. Liege in der Beschreibung. Du musst schon irgendwie eine Verlosung machen, ne? Hier, 30 Playstations, 200.000 iPhones und 3 Millionen Samsung. Und ihr kriegt drei Playstation-Kartons? Wenn ihr mir einen... Ihr mir zwei Euro gebt. Guck mal, guck mal. Äh, hätten wir mal ein neues Gewinnspiel. Oh Gott, nein. XG, XG, XG. Zwei Golden Deals in Wabanda gewinnt. XG, äh, äh, alle, alle, wie, wie dieser typische Satz immer. Alle Zufälle mit anderen Spielern sind immer rein zufällig. Und wo hast du... Von wem hast du denn diesen Satz schon wieder? Das kommt immer alle vor. Das, äh, zum Beispiel auch in... Ich glaube, ich darf das erwähnen, äh, in Grongs Venture. Das Spiel doch für Gronk. Weil... Ja, natürlich. Achtung, du machst für Gronk Werbung. Nein, das ist nicht von dem, das hat... äh... Weil ich mich... Ist mir egal, du hast trotzdem den Namen erwähnt, deswegen hast du Werbung. Nee, das ist ja... Weil du machst 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 Werbung. Mit Spielen tun. Karasar und... Äh, oh Gott, wie hieß... Ah ja, Sargent Rums. Voller. Ey, ich glaube, von denen sind ich echt immer... Und der Witz ist, da vorkommt, sondern so ein Text, ähm, Zufälle mit äh, lebenden Personen sind wie immer rein zufällig. Ganz toller Satz. Ende von einem Physiolo... Physiolo... Was? Ja, ist... Wer ist das denn? Fischer? Hahaha. Der hat doch auch noch einen Namen. Ich will Bogen haben. Ja, noch Verlosung vergingen Geld. Entschuldigung, ich esse gerade. Ja, besser Zeitpunkt zum Essen ist natürlich wie immer in der Aufnahme. Hä? Wir sind hier auf 6,9. Ich hab zwei Maragte erhalten. Jetzt muss ich das Ganze nur noch... Muss ich nur noch zweimal... Oh, ich dachte gerade, das wäre jemand anders. Wie der erstmal noch Schritt... Wie der erstmal so einen Schritt zurück ist. Wie der erstmal so einen Schritt zurück ist. Weil, wie ich gehe einfach immer so schreckhaft ein paar Schritte zurück. Natürlich, es hilft ja voll viel, wenn ich ein paar Schritte zurück gehe, ne? Der sieht mich da nicht mehr. Soll ich meine Dings zu schwarz werfen? und sowas noch mal gerade eine bist du sicher ich bin ja schon mal gut macht ihr doch einer macht ihr doch eine team zu scheiß team player so zu schwarz er genau da wollte ich auch in auch der hat mich mit dem bogen fast getroffen ich habe ein fall der schießt auf mich hier wieder ich werfe jetzt nicht hallo ich warte bist du aus der basis sind sie noch nicht doof ja warte bis sie wieder mitte kämpfen ich wünsche mir einen harsch lab berge machen was wir bitte dann wäre ich nicht richtig muss ich schon sagen wenn der schießt auf dich ja winke winke hallo komm her schießen ich habe in so ein fenster gemacht ich mache sinnvolle dinge ich damit ich sammle branche also ich habe dich gehört eigentlich dürfte das nichts machen wo ist eigentlich der andere typ gerade wo sind die denn gerade irgendwo nur außer der basis eisen insel eisen insel diesen bei eisen insel dann macht einfach irgendwas um wege zu zerstören ja gerade auf andere sachen weil er davon sein kommt nutzt den moment sagte wenn du dich entdeckt hat was ich mache ich mache ich mache erst mal eine eisen spitzhacke er geht in die mitte was ich warte bis er vollständig in der mitte ist gut geht alleine bei der mitte geht der weg ganz toll die sind bisschen doof zu werfen immer was denn vor dem überraschungsmoment zerstört das kostet den brücke 88 eisen machen wir auch mal so funktioniert das habe ich habe ich habe jetzt aber noch die überraschungsbrücke überraschungsmoment zur brücke des lila nehmen die war sich gerade hinten von hinten an zu uns was ja kein äpfel ja ich habe das video gelesen ach deswegen so am bogen ja ich auch hat mir aber runtergeschlagen aber ich glaube die auch ganz wir sind ja toll tot der eine hat gerade unser bett abgebaut oder wird jetzt ich werde auch in den runter geschlagen ja das war kann man die auch irgend kann man den auch irgendwie ausweiten das wird man eigentlich mal gerade neu machen doppel dafür reicht die zeit nicht mehr obwohl dann gehen wir schon auf da kommen wir einfach weitermachen 15 minuten jetzt ja komm halbe das wäre bei mir ist doch egal dann ist einfach fehlfolge denn es hat sich keiner trotzdem also die cars let's place die also bei mir habe ich ja diese chaos wurde gemacht die haben sich tatsächlich echt gut verkauft ich war mit ihr wisst ich habe keine werbung und auch keine produktplatzierung also doch natürlich habe ich produktplatzierung ich meine ja 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 ist man sieht ist ja immer was eine produktplatzierung von damit eine vorgeht ja so ja genau bitte auch mache ich auch machen und das kräftige schreiben nicht vergessen tschüss